Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Vergeltungsschlag-Mission von Command & Conquer Alarmstuf Rot 1. Vergeltungsschlag. Ja, wer hätte gedacht, Vergeltungsschlags-Mission in Vergeltungsschlag, ne? Und zwar die dritte Spanien-Mission der Sowjets, Schocktherapie. Eine kleine Grenzstadt unterstützt die Sache der Alliierten. Ihre Bewohner sind nun keine Sowjets mehr, sondern Feinde unseres glorreichen Staates. Als unsere Feinde müssen sie vernichtet werden. Führen Sie Stalins Tesla-Soldaten ins Feld und lassen Sie diese Leute die eiserne Faust der sowjetischen Armee spüren. Dieser Pöbel wird zweifelsohne die Hilfe der spärlichen Alliiertenkräfte in der Gegend suchen. Übrigens, hier steht es Tesla, nicht Tesla Cyborg, sondern so. Ja, es ist jetzt wieder Tesla-Soldaten. Das ist irgendwie seltsam. Führen Sie Stalins Tesla... Das habe ich gerade eben schon gelesen. Egal wie viel Unterstützung Sie erhalten, es wird Ihnen nichts nutzen. Löschen Sie alle aus. Seien Sie unaufhaltsam. Alles klar. Werte mit anwesenden Schocktherapeuten, ab geht die Party. Manchmal ist Schocktherapie das das Hilfreichste, ne? Zumindest, mindestens in diesem Fall, würde ich sagen. Yay. Yay. Alles klar. Ja. Sicherung rein. Start. Sicherung rein. So. Dann haben wir hier ein paar Schocktruppe. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Weil, wie die Tesla-Truppe einfach so... Energie Nummer 1. Also nicht komplett das Gegenteil ist, sind wie von Alarmstufe Ruhe 2, aber doch grundsätzlich von ihrer Nützlichkeit her anders sind. Sicherung rein. Volle Haltung. Weil hier baust du sie hauptsächlich wegen ihrer hohen Reichweite. Volle Haltung. Also die Truppe haben wirklich für Infanterieverhältnisse hohe Reichweite und die Tesla-Panzer haben auch eine richtig hohe. Volle Haltung. In Alarmstufe Ruhe 2 haben die Tesla-Truppe und die Tesla-Panzer eine richtig niedrige Reichweite. Gut, wahrscheinlich, weil die sonst zu OP sind. Weil wenn die noch diesen Damage haben, man merkt ja schon, dass die wirklich verdammt stark sind. Einziger Nachteil ist natürlich, dass sie keine Lufseinheiten angreifen können. Energie Nummer 1. Ach, das ist hier im ersten Teil nicht ganz so schlimm. Energie Nummer 1. Wie jetzt zum Beispiel in Alarmstufe Ruhe 2, wo dich dann ein paar Rocketiers ewig lang nerven könnten. Sicherung rein. Aber gut, in Alarmstufe 2 haben die Sowjets dafür eben auch mehr mobile Flak-Optionen. Volle Ladung. Mit den Flak-Trubern und den Flak... ähm... Nicht Panzern, sondern Flak-Trucks. Energie Nummer 1. Also mal im Ernst, ist hier irgendwo was überhaupt? Hallo? Volle Ladung. Energie Nummer 1. Ich kann mich erinnern, dass das, glaube ich, auf der rechten Seite... Ja, ich glaube, das war auf der rechten Seite der ganze Spaß. Ich erkunde ja trotzdem mal. Sicherung rein. Weil ich kann mich erinnern, wie ich die Mission gespielt habe vor Ewigkeiten. Volle Ladung. Volle Ladung. Extra saftig. Sicherung rein. Extra saftig. Einsatz. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Oh, hi. Sicherung rein. Ein Panzer. Äh, wollte ich schon gerade sagen, kommst du bitte mal ein bisschen näher? Sicherung rein. Ich würde gerne mit dem Geschäftsführer dieses Panzers sprechen. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Volle Ladung. Burn. Baby. Energie Nummer 1. Ich meine, ich mache einfach mal alles weg, was mir entgegenkommt. Volle Ladung. Volle Ladung. Halt jetzt mal... So, Moment mal, war da nicht jemand? Sicherung rein. Sitzel. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Schatten sie alle feinen im Gebiet aus. Ja, gut, okay. Das sollte nicht das Problem TM sein. Extra saftig. Sicherung rein. Sicherung rein. Ich kann ja nicht mal überfahren werden. Das ist nicht so cool an den Tessantrufer. Sicherung rein. Wobei, okay, die Reichweite ist nicht... Sie ist jetzt, glaube ich, nicht allzu viel höher als bei... Hm, obwohl... Sie ist zumindest nicht niedriger. Das ist schon mal mindestens was. Die Tessler-Panzer haben eine riesig große Reichweite, wie ich finde. Also ja, auf Hinschwerdkungen sind Energie Nummer 1. Zerstören sie die Stadt, töten sie alles. Okay, alles klar. Es ist in Ordnung. Chill, Junge. Ruhig, ruhig, ruhig. Einsatz. Licht aus. Burn, baby. Extra saftig. Licht aus. Oh, hau schocken. Licht aus. Extra saftig. Oh, da kommt ein Heli. Kriege ich ein... Oh, ein Medic wäre richtig geil. Sicherung rein. Obwohl, jetzt kannst du ja noch wirklich in der Kirche eine Heilung bekommen, ne? Oh, hau schocken. Oh, da bekämen einfach gar nichts. Ist okay. Aber mehr Tesla-Truper, da bin ich dabei. Sicherung rein. Extra saftig. Ja, hau schocken. Energie Nummer 1. Genug saftig. Burn, baby. Sicherung rein. Genug saftig. Ja, hau schocken. Licht aus. Starthöfe gefällig. Genug saftig. Licht aus. Licht aus. Volle Ladung. Licht aus. Energie Nummer 1. Okay. Sicherung rein. Genug saftig. How shocking. Nicht wahr? Ja, hau schocken. Sicherung rein. Genug saftig. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Genug saftig. Energie Nummer 1. Genug saftig. Energie Nummer 1. Genug saftig. Okay, da lang. Volle Ladung. Volle Ladung. Starthöfe gefällig. Energie Nummer 1. Ja. Sicherung rein. Starthöfe gefällig. Sicherung rein. Sicherung rein. Sieht doch ganz gut aus. Einsatz gespeichert. Starthöfe gefällig. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Volle Ladung. Genug saftig. Wir decken auch schön breitflächig auf. Ich würde zwar sagen, dass die... Obwohl, ich glaube, die Karte ist noch größer. Och, du liebe Zeit. Die ist echt noch groß. Das ist jemand. Drei Leute waren da in einem Haus drin. Energie Nummer 1. Das ist doch höchstens ein Geräteschuppen. Oh, die Heilung war gut. Uh, das habe ich mir eigentlich von der Kirche erhofft. Ja. Starthöfe dir. Ich habe nur einen bis jetzt verloren. Und 5 dazu bekommen. Das heißt, ich habe 4 mehr, als ich angefangen habe. Deine Mathe-Exkurs, ne? Einsatz gespeichert. Ja. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Ja. Volle Ladung. Sicherung rein. Volle Ladung. Starthöfe gefällig. Okay. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Okay. Ja gut, gucken wir mal darüber, ne? Muss selbst schon passieren. Oh mein Gott, das soll passieren. Au. Oh mein Gott. Wie ekelhaft. Oh, ich kriege nochmal neue. Dann will ich mich zu sehr gerne. Dann mache ich mal ungeladen. Volle Ladung. Oh, no. Oh, no. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Darf ich das klauen, bitte? Volle Ladung. Energie Nummer 1. Total volle Erzsilos. Das ist ja mal so richtig tempting hier. Starthöfe gefällig. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Extra saftig. Einheit verlosert. Oh, how shocking. Oh, how shocking. Einheit verlosert. Das ist aber schon ziemlich ein bisschen schaden, ne? Wenn die Breinheit. Das ist aber... Aua. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Einheit verlosert. Okay, an der Stelle. Wisst ihr was? Gefechtsführung beendet. Wenn ich in Zukunft lade, mache ich das so. Da geht das nämlich ohne... Äh, hier. Flimmer. Starthilfe gefällig. Flimmer, Kabimmer. Ist das vielleicht... Energie Nummer 1. Bevor ich da rübergehe, ich komme mir nicht vorbereitet dafür vor, Artillerie-Stellungen zu stürmen, ohne großartige Verluste, außer ich halte meine Truppen richtig weit auseinander. Volle Ladung. Starthilfe gefällig. Volle Ladung. Ich würde vielleicht doch erstmal die andere Flussuferseite... Sicherung rein. Vollständig. Sicherung rein. Volle Ladung. Volle Ladung. Selbst mit den Verstärkungsdrucken. Ich habe da zu viele Verluste gemacht. So unnötig. Energie Nummer 1. Hm. Starthilfe gefällig. Genug Saft drauf. Ist es da oben wirklich besser? Volle Ladung. Okay, ich habe einen kaputt gemacht. Das ist schon mal was. Energie Nummer 1. Starthilfe gefällig. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Volle Ladung. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Starthilfe gefällig. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Ganz vorsichtig. Da unten ist die Basis. Die möchte ich gar nicht erst triggern. Ich möchte jetzt hauptsächlich ein bisschen die Umgebung kennenlernen. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Energie Nummer 1. Ja. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Sicherung. Volle Ladung. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Sicherung rein. Sicherung. Volle Ladung. Da unten ist da nur diese Basis. Hm. Und noch die Artillery ist hier unterwegs. Aber vielleicht kriege ich die Artillery mit dem einen Typen getriggert und die anderen können drauf schießen. Genug Saft drauf. Starthilfe gefällig. Das war bestimmt kein... Das war nochmal eine andere auf jeden Fall. Starthilfe gefällig. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Starthilfe gefällig. Ja. Energie Nummer 1. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh. Ne, 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 ne. Was zur Hölle? Der Typ hat in der Vernichtung nochmal geschossen. Und zwar hinten nicht auf den einen Typen. Ne, ne, auf den... Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, das ist viel besser. Okay, jetzt habe ich einen verloren, aber das ist noch okay. Damit lebe ich noch. Damit lebe ich. Genug Saft drauf. Das ist okay. Energie Nummer 1. Aber dieser... Dieser Schuss war Bullshit. Starthilfe. Sicherung rein. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Sicherung rein. Damit lebe ich noch. Sicherung rein. Volle Ladung. Da ist ein Schattengenerator schon wieder. Oh, ich kann die Dinger nicht ab. Einsatz gespannter. Energie Nummer 1. Ja. Sicherung rein. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Okay. Was seht ihr denn hier? Sicherung rein. Volle Ladung. Licht aus. Burn. Baby burn. Licht aus. Sicherung rein. Volle Ladung. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Baby burn. Sicherung rein. Ja, das lief schon mal gut. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Schauen wir mal, ob ich das hier ausgeschaltet bekommen. Ja, ob ich noch Verstärkung bekommen. Sicherung rein. Extra saft dich. Oh, how shocking. Volle Ladung. Volle Ladung. Einheit verloren. Verstarrung. Baby burn. Okay. Genug Saft drauf. Ah, ich hab da drüben mir den trotzdem viel erreicht. Sicherung rein. Sicherung rein. Extra saft dich. Sicherung rein. Licht aus. Start Hilfe. Volle Ladung. Sicherung rein. Start Hilfe. Gefällig. Einheit. Volle Ladung. Licht aus. Licht aus. Sicherung rein. Sicherung rein. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Sicherung rein. Ja. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Volle Ladung. Oh, how shocking. Ah, der ist fast kaputt. Starthilfe gefälligt. Und der ist kaputt. Nice. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Ja, komm mal her. Bis zur KB-Down. Sicherung rein. Licht aus. Starthilfe. Sicherung rein. Jetzt halte ich alle meinen in einem etwas größeren Brudel. Am Ende einfach doch nicht alle zusammen. Ist da vielleicht eine Heilkiste drin? Das wäre richtig cool. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Sicherung rein. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Energie Nummer 1. Extra saft. Energie Nummer 1. Dinge, die zu schön sind, sind bekanntlicherweise zu schön, um wahr zu sein. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Verstärkungen sind eingegangen. Energie Nummer 1. Genug saft drauf. Volle Ladung. Einheit verlobt. Ach, das steht da oben. Ich wollte schon sagen. Sicherung rein. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Start volle Ladung. Mhm. Ach, dann. Ich wollte schon gerade sagen. Wo ist Verstärkung? Volle Ladung. Ja. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Ja. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Energie Nummer 1. Damit kann ich leben. Einsatz gespannter. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Ich könnte mir aber auch gerne mal ein paar Panzer geben oder so. Ja. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Volle Ladung. Ja. Sicherung rein. Das Gemeine ist, meine Leute zu weit verteilt zu lassen, ist ultra tödlich, wenn jetzt Bunke hier da sind. Dass die nicht gescheit schießen können. Aber wenn ich sie zusammenlasse, braucht man nur eine Artillerie mal reinzuschießen, dann ist alles down. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Ja. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Ja. Sicherung rein. Sicherung rein. Sicherung rein. Wir gehen jetzt mal da runter und machen den Bereich noch voll. Zum Aufdecken. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Ja. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Hello. It's me. Volle Ladung. Starthilfe gefällig. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Sicherung rein. Starthilfe gefällig. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Volle Ladung. Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Volle Ladung. Ja. Sicherung rein. Extra saftig. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Starthilfe gefällig. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Da oben. Ja, ist eigentlich bloß noch die Basis da unten rechts. Und... Ja. Gibt's hier bitte eine Heilung? Starthilfe gefällig. Sicherung rein. Licht aus. Ja. Burn, Baby, burn. Energie Nummer 1. Oh, ich glaube ja. Oh. Energie Nummer 1. Das tut so gut. Nicht nur wegen dem Geräusch. Diesem Heiligen. Das werden wir gerade so gesegnet worden. Immer so. Einsatz. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Volle Ladung. Genug Saft drauf. Sicherung rein. Verstärkungen sind eingetroffen. Zerstören Sie die Stadt. Töten Sie alles. Alles klar. Energie Nummer 1. Oh, nice. Verstärkungen sind eingetroffen. Energie Nummer 1. Nicht auf mich. Hä? Was ist denn hier los? Oh, das Ding. Das könnt ihr wieder mitnehmen. Darf ich das zurückgeben? Ich meine, wir haben... Okay, schön, dass wir jetzt ein V2 haben. Oh, die rennt so alliierten Basis, die nicht mehr existiert. Tut mir so leid. Aber wir haben sogar Ingenieure. Oh, nö. So, das heißt nicht, ich hätte diese Basis da links übernehmen können. Na gut, okay, ich hätte eh keine Ressource. Hier gibt es eh nichts zum Abernten. Ich hätte es gar nichts gebracht, oder? Die ganzen Silos da unten. Stimmt, da war ja was. Ja, Sir, bestätigt. Ja, volle Ladung. Ja, Sir, bestätigt. Ja, Energie Nummer 1. Volle Ladung. Ja, sicher Energie Nummer 1. Da hätte ich einfach den Atom-Truck reinfahren können. Das wäre bestimmt schön gewesen. Brützel, Brützel. Volle Ladung. Ich bin hier, um den Stromzähler abzulesen. Das ist immer der Stromzähler, der Probleme macht. Warum liegt das Stroh? Warum hast du einen Test? Das ist ein Tesla-Pack auf. Dann knister mir doch ein. Ja, gut, läuft. Okay, also wenn ich die so nochmal spielen würde, wüsste ich Bescheid. Nach oben rechts gehen. Verstärkung hier holen. Den V2 vor allem. Damit kann man sich so viele Probleme schon mal aus dem Weg schaffen. Die ansonsten niedlich sind. Ja, zwar keine Ahnung. Oh ja, jetzt haben wir nur noch ein einziges Ziel. Ja, Licht aus. Tolle Ladung. Energie Nummer 1. Melde mich wie Befohle bestätigt. Ja. 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 ja, es ist auf jeden Fall unschärfer, als es damals war, die Grafik. Die altangezeigte. Es gibt ja auch vor allem ziemlich gute, neu aufgelegte Versionen, auch vom alten Spiel. Also, bevor das Remaster rauskam, gab es da schon ziemlich gute Versionen in der Hinsicht. Ich beschleunige den ganzen Spasma. Und die haben auch ganz schön gut ausgeschaut. Nicht ganz so gut wie das Original hier, wie das Remaster jetzt, aber doch gut genug, auf jeden Fall. Lass die halt wirklich da einmal ausmachen. Ich lasse jetzt die Wegschlange auf das Ding machen. Behalte euch! Ernsthaft? Nein, ihr werdet da jetzt nicht den... Oh, die Wegfindung! Ihr werdet jetzt nicht da einmal außenrum den ganzen Weg ablaufen. Das Spiel ist jetzt einfach keine Wegfindung. Die wissen einfach nur, dass sie den nächstbesten Rand einfach entlangfahren. Also, so wie man sich in einem Labyrinth vorantastet. Dass du sagst, du hältst dich an der linken Wand einfach nur und läufst immer die linke Wand entlang. Oder die rechte Wand von mir ist. Aber du bleibst an einer Wand einfach dran und läufst den Weg so lang durch, bis du jetzt irgendwann am Ziel angekommen bist. Genau so funktioniert die Wegfindungskarier. Also, es ist keine Wegfindung. Quasi, es ist einfach nur ein... Ich laufe so lange in diese Richtung, bis ich irgendwann am Ziel angekommen bin. Genug Saft drauf. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Hier Einsatzfahrt. Bestätigt. Das ist eine Nicht-Wegfindung. Ja. Volle Ladung. Wird bearbeitet. Bestätigt. Bestätigt. Und für die Ingenieure. Bestätigt. Ich schwöre. Energie Nummer 1. Welde mich wie befohlen. Welde mich wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. Welde mich wie befohlen. Befohlen. Genug Saft. Verarbeitet. Jetzt gehen wir auf Nummer 1. Alles gut. So viel schneller war das jetzt irgendwie auch gar nicht, ne? Einsatz. Genug Saft. Energie Nummer 1. Melde mich wie befohlen. Starthilfe. Energie Nummer 1. Die Artillerie habe ich schon... Nee, habe ich nicht. Licht aus. Sicherung rein. Ja, Sir. Stetigt. Ja. Starthilfe... Halt, 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 halt. Nein. Ja. Sicherung rein. Meine Güte. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Klar. Wie springen wir am besten diesen Sandtag auf? Ah, ich habe eine Idee. Nee, wir fahren die Atombombe rein. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja. Sicherung rein. Klassischste Art und Weise, wie ich finde. Sicherung rein. Energie Nummer 1. Sicherung rein. Sich um das Problem... Oh, how shocking. ...eines Sandsacks zu lösen. Oh, gut. Jetzt kriegen wir... Ja, klar. Jetzt kriegen wir die Tesla-Panzer. Ist in Ordnung. Sad Capitalist Noises. Nicht das ganze Erz. Hör auf damit. Ach ja, jetzt kriege ich jetzt... Warum habe ich die letztes Mal alle nicht bekommen? Hier, Einsatzfahrzeug. Energie Nummer 1. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Okay, die Typen hier, die jetzt wahrscheinlich mit den Faschen abspringen, die habe ich letztes Mal bekommen, aber... Aber, aber... ...extrasaftig. Wird bearbeitet bestätigt. Das Punkt und zieht. Hol ich mir das jetzt? Oh, saftig. Ja. Volle Ladung. Sicherung rein. Extra saftig. Wird bearbeitet. Ja. Extra saftig. Volle Ladung. Ja, Hilfe. Genug Saft drauf. Sicherung rein. Starbhilfe gefällig. Ja. Genug Saft drauf. Volle Ladung. Energie Nummer 1. Das Problem ist, ich kriege die Raffinerie ja nicht mit Sammler. Ja, Sicherung rein. Nug Saft drauf. Melde mich auch, wie befohlen. In Ordnung. Ja, bestätigt. Ich kriege die Raffinerie ja nicht mit Sammler. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, extra saftig. Energie Nummer 1. Ah, aber da könnte ich mir einen Sammler holen. Aber erst, soweit ich in den Wasser gebaut habe. Und das ist dann... Das ist doof. Ich könnte aber erstmal hier, da ist noch eine. Ich versuche jetzt hier eine Wirtschaftspunkte. Lass ich selbststützende Wirtschaft zu bauen. Moment, warum habe ich so viel Geld? Das reicht ja. Ich sehe es gerade. Hat der Sammler nochmal bei mir abgegeben? Anscheinend, oder? Lulz. Energie Nummer 1. Wenn ich das Ding einnehme, kriege ich dann meine Truppengehalt? Volle Ladung. Genug Abbrauch. Haus shocking. Sicherung rein. Ja, richtig. Ba, 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 ba. Neue Bauoption. Marineeinheit verloren. Melde mich wie Behole. Hat ich die schon immer? Oh, so viel zu meiner Basis. Okay, ich mache ja schon alles kaputt. Hatte ich das so gut schon immer? Das ist ja cool. Das hätte ja auch extrem geholfen. Wir haben da doch ziemlich viele Sachen. Hoffentlich verliere ich jetzt nicht, weil ich keine Möglichkeiten mehr habe, das jetzt zu verstehen. Volle Ladung. Sicherung rein. Sicherung rein. Hi. Reicht das zum Gewinn? Ich habe eine Idee. Ich muss die noch... Kammerbonga! Das hätte auch besser sein können. Ich muss die jetzt echt noch zerstören, oder? Ist doch ernst. In Ordnung. Bestätigt. Genug Saftsicherung rein. Wird verarbeitet. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ich habe sonst keine U-Boote bekommen, ne? Ich hatte nur dieses eine... Das habe ich nicht mal... Ein Satz erfolgreich. Hä? Ach, das Silo. Ach, mein Gott. Also musste ich gar nicht diese Zerstörung kaputt machen. Okay, alles klar. Das wäre jetzt aber so müßig gewesen. Die Basis einfach zu übernehmen. So, das ist jetzt meine. Dankeschön. Okay, die müssen mal lustig. Dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal. Bei der Mission... Was ist das für eine? Zeig mal, zeig mal, zeig mal, ja. Radikale Splittergruppe. Hier geht es echt nur um reinen Bürgerkrieg. Kann das sein? Oh. Das sind ein paar U-Boote. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye.